Der Arte-Abend ist dem Hollywood-Entertainer Liberace gewidmet. Um 20.15 Uhr mit dem Biopic von Steven Soderberg. Und um 22.05 Uhr mit einem Dokumentarfilm, der hinter all seinem Pomp die Widersprüche überleuchtet. Auch auf arte.tv lässt Hollywood grüßen. Jack Nicholson und Art Garfunkel spielen zwei Best Buddies, wie sie gegensätzlicher nicht sein können, im Film die Kunst zu lieben.